Die neue Ahrweinkönigin 2019-2020 ist Eva Lanzaner aus Wappertsheim. Ja, liebe Eva, du warst sehr, sehr überzeugend, du warst charmant, du warst einfach toll heute auch gewesen, sodass ich gerne auch jetzt die Alika bitten mag, die Krone weiterzugeben. Genau, einfach auch mal die Dame nochmal dahinter. Wir haben eine tolle Gemeinschaft und wir haben schon von Anfang an gesagt, jeder kann es werden und ich bin einfach nur froh und stolz, dass wir so eine tolle Gruppe geworden sind. Ich freue mich natürlich sehr, das Ahrtal-Nur nun ein Jahr repräsentieren zu dürfen und bin gespannt, was für tolle Termine mich erwarten werden. Habe ja schon ein bisschen von der Annika mitbekommen, was da alles Tolles auf mich zukommt und freue mich natürlich auch noch zusammen mit den anderen Ahrweinkönigin den einen oder anderen Termin erleben zu dürfen. Und möchte jetzt einfach nur mit Ihnen mein Glas erheben auf einen tollen Pfingstmarkt, auf ein tolles Jahr und ja, einen schönen Abend Ihnen alle. Vielen Dank.